Hallo ihr Lieben, ich habe da gerade was reinbekommen. Und zwar, wenn ihr auf Google eingebt, eine Zahl, eine dreistellige und dazu dann New Cases, dann findet ihr, egal welche Zahl ihr eingegeben habt, eine Überschrift und einen Suchindex. Es wird auch häufig in der Autovervollständigung vorgeschlagen. Ich habe das jetzt einmal hier gemacht, zum Beispiel mit 999 und dann seht ihr sofort hier 999 New Cases. Ich mache das einmal mit einer, irgendeiner anderen Zahl. Ich sage jetzt zum Beispiel 1, 2, 3. Schauen wir mal, ob wir was finden und hier da natürlich wieder 123. Ich habe das jetzt mit ein paar Zahlen durchprobiert, ihr könnt es euch selber anschauen. Egal welche Zahl ihr da eingibt, ihr werdet immer die entsprechenden Toten oder Erkrankten finden. Kann das jetzt ein Zufall sein, dass auf der ganzen Welt diese ganzen Zahlen sich abbilden? Ich habe jetzt von mehreren gehört, die haben das auch probiert und sie finden dann auch immer wieder sozusagen diese Suchanfragen. Oder könnte es ein manipulierter Suchalgorithmus sein, dass egal welche Zahl wir eingeben, Google etwas ausspuckt. So ganz nach dem Motto, das Killer-Virus geht um. Bildet euch eure eigene Meinung, teilt es, redet darüber, denn wie immer, indem wir uns vernetzen, werden wir bewusster.